Hallo Leute, willkommen zurück zu Ralf Reicht! Beim letzten Mal haben wir die ersten bösen Cyparks vernichtet. Und ich nehme an, wir haben jetzt dann gleich ein Level beendet. Wow, da kam noch ein Käfer. Versteckt in einer Kiste, ist gemein. Wow, übler Käfer! Ralf, du kannst nicht wirklich kämpfen. Ich muss das irgendwie besser hinkriegen. Und da oben habe ich jetzt eine Kiste nicht gekriegt, das ist schade. Aber ich hoffe es ist nicht so schlimm. Kann ich da rechts rüber? Nein, kann ich nicht. Nein! Was? Zuckersträusel? Ja, schon gut. Wo? Ah, okay. Ah, okay, okay. Das sind tatsächlich Speicherpunkte. Gut, was will es sonst sein? Aber ich habe ja genug Leben mit den ganzen Münzen, die ich hier einsammle. Alles kein Thema. Ja, okay. Käfer, komm runter. Äh, Käfer, komm runter, wollte ich sagen. Bums. Jawohl, jawohl. So, jetzt werden wir alle diese Münzen einsammeln. Ja, weil es ist ja eigentlich nicht nötig, dass wir die einsammeln. Ich meine, wir haben neun Leben. Ich hoffe, so blöde Spiele wie vorhin tue ich dann doch nicht mehr. Aber, ich weiß ja nicht, was alles kommt. Das ist, glaube ich, immer noch Level 1. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Vielleicht erleben wir hier auch das komplette Spiel, beziehungsweise den kompletten Spielabschnitt nacheinander. Sprich, alle vier Level. Oder waren es fünf? Ich weiß nicht. Fünf und dann der Boss. Irgendwie so. Wir werden alles noch sehen. Alles kein Problem. Bums. Da war wieder der Käfer. Yes! Okay, hier bin ich irgendwo gestorben. Ja. Nee, da unten war der Skorpion. Boom. Stirb doch einfach. Danke. Gut gemacht, Ralf. Und einfach nicht mehr da runterfallen, wo wir runtergefallen sind. Das wäre noch... Ähm, Felix, das schaffst du, oder? Ja, ohne Probleme. Vorsichtig springen. Danke. Äh, what the fuck? Ist das für ein Ring? Was? Da oben ist die Medaille. Komm ich nicht ran. Okay, erstmal die Kiste da rüberschieben, dass sich das Tor öffnet, hat man gesehen. Ja, einfaches Rätsel. Das hier rausnehmen. Dann öffnet man das da hinten. Dann öffnet man das da hinten. Jetzt kann ich die Medaille allen sammeln. Nee, doch nicht. Warum nicht? Ralf kann hinten was tun. Nee, das war nur zum die Kiste verschieben. Ja, aber... Ja, aber... Was nun? Ah ja, Felix kann die Kiste nicht verschieben. Ist ja in Ordnung. Was? Nee, das muss ich hier lassen. Kann ich vielleicht die Kisten aufeinander stapeln irgendwie? Wenn sie nebeneinander stehen. Wer weiß das schon? Nee, es wird mir irgendwie nichts angezeigt. Nein. Aber ich muss da hinkommen, natürlich. What the fuck? Ralf dreht am Rad. Ja, da komm ich hoch. Aber jetzt... Bitte die... Jawohl. Hab ich jetzt einen Link gekriegt? Ich hab's nicht gesehen. Oder sind das die Dinger, mit denen ich dann Objekte freischalte oder so? Weiß ich nicht. Weiß ich grad, wer denn nicht... Ich will ein Hua hören. Ein Hua? Okay, kriegst du. Hua! So, bist du zufrieden? Ich hoffe doch. Was? Level beendet. Heldenmedaille gefunden. Easter Egg gefunden. Oh, schön. Game Central Station. Nee, ich würde gerne fortsetzen. Komme ich jetzt in Level 2? Ja, offenbar. Gut, die Level sind dann doch länger, als ich gedacht habe. Aber das ist schön. Ich nehm an, die Level von... Von... Von Fix It, Felix Junior sind dann auch leichter als hier... Das Spiel hier. Wie hieß es nochmal? Duty Zero. Heroes Duty, irgend sowas. Gut. Äh, Ralf, was machst du immer für Geräusche, verdammt? Der dreht hier völlig am Rad. So, das ist ein einfaches... Resseln, wollte ich... Nee. Warum kann ich... Ah, aha. Ralf kann also doch was Sinnvolles tun. Auch wenn es nur ein Hebel betätigen ist. Was? Wow. Warum fällt die Plattform einfach so runter? Ich denke, Ralf könnte da raufklettern. Ja, das weiss ich. Danke, Felix. Und... Noch was gefunden. Jetzt kommt die Plattform nicht mehr. Nee. Aber gut, Felix hat gesagt, Ralf könnte da hochklettern. Dann tu das bitte auch, Ralf. Ah, Käfer, Käfer, Käfer. Wo ist der Käfer? Äh, wo ist der Käfer? So, Käfer geht tötet. Oh, Ralf. Lern doch bitte einen Doppelsprung. Jeder ver... Jeder vernünftige Spielecharakter kann doch einen Doppelsprung. Warum du nicht? Du bist doch sowas von cool. Ja, ich finde Ralf ist cool. Ganz im Ernst. Was bist du? Oh, hässlicher Käfer war das. Nicht einfach nur ein Käfer, sondern ein hässlicher Käfer. Jetzt kann ich... Ah, okay. Hier kann was runter haben wir gesehen. Jawohl. Gut, einfach ein bisschen abpassen. Warten wir hier kurz. Kommt runter, geht wieder hoch. Mann. Okay, ich kann länger warten. Ist immer so eine Sache, ob man sich da beeilen muss oder warten muss oder was auch immer. Ja. Du bitte auch noch runterkommen. Ja, dann ist das alles kein Problem und gespeichert. Ah, Sterbkäfer. Sterbkäfer. Wir sind die besten Käfertöter, die es gibt. Zeit für Randale. Ja, Zeit für Randale und Käfertöten. Äh, was? Ah. Was? Ich habe mich festgepackt. Kacke, bitte. Ah, gut. Ich dachte schon, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Das kann ich teilweise sehr gut. So, jetzt schneller durch. Bestimme Zeit. Aber das hier, geh runter, weil sonst kommt es genau dann runter, wenn ich durch will. Fünf? Vier? Ja, wollt schon sagen. Wollt schon sagen. Ja, aber soll das jetzt schwer sein? Ja, das ist schwer. Muss ich beeilen? Aus, als könnte ich doch hinspringen. Wo könntest du hinspringen? Ah, er sagt uns, dass er einen Wandsprung machen kann. Und ein ziemlich guter Weg, ich finde, wollte ich schon gelobt haben. Äh. So. What? Äh. Wow, es dauert ja erst lange, bis Felix den Käfer vernichtet hat. Meine Güte. Okay, ähm. Ich wette, ich kann da was draufschieben. Ja, das wette ich auch alles. Danke. Aber hier passiert nichts. Dann eben auf die andere Seite. Hier hin. Jawohl, wissen wir ja langsam, wie es funktioniert. Und dann hier hin. Mach das einfach mal. Heppa. So. Hier kann ich wieder bouncen. Bounce, bounce. Wow. Da ist die Medaille. Meine Medaille. Okay, ich check das noch nicht so ganz, wie ich diese Bounce-Dinge abpassen kann. Doch, ich glaube, ich check's. Ah, das ist auch so eins. Gibt es hier noch was Tolles? Nein, ich glaube, wir haben alles, sogar die Helden-Medaille haben hier gewonnen und gespeichert. Und hier kommt bestimmt der Käfer. Ja, es war klar. Deswegen kommen wir gleich mit Ralf, weil, ja, Ralf macht mehr Damage und tötet die Käfer ohne umzusehen. Ohne sich umzusehen. Ja, deutsch ist auch deutsch, wenn man es nicht beherrscht. Boah. Bounce. Das wird dann auch... Wow. Manchmal so ein übler Sprung und manchmal macht Felix gar nichts. So, habe ich jetzt alles? Ja, da oben ist nichts mehr. Ralf, 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 Ralf. Ahm. Gut, 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 gut. Ah, oh, da unten sind Stacheln. Instant derf bestimmt. Ich würde gerne mit Felix da hoch springen, einfach weil er einen Doppelschwung beherrscht. Gut. Da könnte ich vielleicht auch runter, aber ich will es ehrlich gesagt gar nicht versuchen. Äh, hallo, ich springe durch die Medaille. Was ist das denn? So, danke. Da will ich nicht runter. Nee, 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 nee. Äh, ja, da unten waren Stacheln. Jetzt hat man es gesehen. Die Medaille, Felix. Nein, Ralf. Oh, danke, Ralf. Habe dann immer so Angst, weil Felix die Käfer nicht wirklich schnell beseitigen kann. Äh, so. Deswegen mag das lieber, Ralf. Obwohl er da jetzt wieder nicht hochkommt. Doch, er kommt da hoch. Sorry, Ralf. Ralf, ja, Ralf. Ich habe dir un... Oh, Käfer. Ich habe dir unrecht getan, Ralf. Es tut mir leid. Hä? Ich will alles. Ich will alles. Ihr habt schon 13 Leben. Was zum Paar Fickten? Gut, Ralf, bitte die Kiste mal ein bisschen sinnvoller hinstellen. Und schrei nicht so rum. Der Typ ist ja schlimmer als ich. Ja, ich schrei privat auch immer rum. Ich mach's kaputt. Könnt ihr euch... Äh, hallo. Könnt ihr euch erkundigen? Das ist wirklich so. Ja, ich bin halt ein lauter Mensch. Ist nun mal so. Krieg ich da noch was? Ja, komm, die letzte krieg ich doch bestimmt auch noch. Ja, Töne. Ja. Ja, die Medaille, die sammelt er ein, wenn er sie nur mit der Mütze berührt. Aber die anderen, nö. Da kann er... Da kann er durchfliegen und da passiert gar nichts. Ah. Ralf. Käfertöter Ralf. Äh, schieß nochmal bitte. Käfertöter Ralf. Nein. Ja, eine Güte. Mach's kaputt. Das ist doch dein Motto. Wow, irgendwas hab ich eingesammelt. Bestimmt hier das Easter Egg. Ja, dann mach's kaputt. Genau, den Kopion da zum Beispiel. Abpassen und wechseln. Bam. Bam. Nimm das, du Scheißvie. Okay, hier muss ich wieder abpassen. Hallo, geh zu. Pepper. Pepper aktivieren und drunter durch. Was denn? Nein. Meine Güte. Ja, meine Güte, du sagst es, verdammt. Da oben ist wieder so ein blöder, blöder Käfer. Ja, aha, erwischt. Vorsichtig. Ganz vorsichtig, genau. Und da oben ist wieder ein Käfer. Das bitte nehmen. Kann ich irgendwie... Nein, kann ich nicht. Habe ich nicht getroffen. Kacke. Unschön. Habe ich getroffen? Nein. So, geht doch. Die Scheißkäfer kann ziemlich gut zielen. Gefällt mir nicht so. Ja, bitte alles mit... Ja, das war ein Sprung, Felix, wie ich ihn von dir sehen möchte. Wo ist der Käfer? Alter. Er ist klassisch, hat sie gesagt, ja. Das war jetzt schon wieder ein Level. Okay, das war jetzt etwas kürzer. Aber ich habe offenbar alles gefunden. Soll ich gleich einen 100% Run machen? Ja, ich versuche es einfach mal. Wenn ich es hinkriege, dann nenne ich auch das Let's Play so. Ganz einfach. Okay, zwei Wege. Das sieht optional aus. Ja, nein, vielleicht. Irgendwas sind da Kissen und ein Käfer. Da ist noch ein Käfer, den überrenne ich jetzt einfach. Zack. Nein. Ralf, mach keinen Scheiß. Na, ich muss da hin. Alles klar. Alles klar. Alles. Oh, da, 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 da. Ja. Komm schon, Felix, weil nicht der ihn. Danke. Geh doch. Geh doch. Du stellst dich gar nicht so blöde an. So, und die haben ja, glaube ich, schon wieder alles gefunden, dass es zu finden gibt, dass wir jetzt in diesem kurzen Abschnitt, glaube ich. Äh, ja. Ein weiterer Sprung. Nee. Äh, hier unten kann ich nicht durchgutern. Hier oben lang. Eine Menge Hebelbeträten bestimmt. Was ist das hier? Erstmal reparieren. Was eigentlich? Äh, ein Durchgang, oder wie? Ah, ich verstehe. Da unten leuchtet es blau und wenn es an der richtigen Stelle ist, kann ich es ausschalten. Wow, geil. Erstmal die unten. Okay, das Rätsel ist besser gelöst, als ich überhaupt erwartet habe. Was? Ah, das musste ich sogar machen. Okay. Ich dachte jetzt, ich hätte jetzt ein übergeheimnis entdeckt. Einfach mal so. Weil ich alle Münzen haben möchte. Aber nö, das musste man anscheinend machen. Hep. Hep, hep, hep. Na. Da, da. Ja, da, da. Komm schon. Wo ist der Käfer? Ich rieche ihn doch schon. Ja, da ist er. Bam. Vernichtet. In your face, Käfer. Juhu. Nichts wäre hier nachfällig ab mit dem Spiel. Ja, es ist jetzt ne... Wow. Käfer. Sollte ich von jetzt an immer Käfer schreiben, wenn ich einen sehe? Oh, Überkäfer. Komm, dreh dich doch um, Ralf. Ja, das Spiel ist nicht unbedingt so bombastisch, aber es macht echt Laune, zumindest mir. Keine Ahnung, warum... Achso, keine Ahnung, warum das hier nie erschienen ist. Man, ich habe schon weitaus schlimmere Spiele für den DS gesehen. Wofür das Spiel übrigens auch ist. Weitaus schlimme Spiele habe ich gesehen. Stirb doch. Also, warum kam das Spiel nicht raus? Ist doch gar nicht so schlecht. Ja, aus... Ja, geht doch. Weitaus schlimme Spiele habe ich gesehen für den DS, damit ich den Satz auch mal zu Ende bringen kann. Warum kam das nicht raus? Und ich habe es dann irgendwie... Jo, verpasst, keine Ahnung. Ich habe nur mal eben gelesen, dass dann das Spiel rauskommt. Und habe dann die Augen offen gehalten. Aber hier in Europa? Nö. Offenbar nie erhalten. Moment. Da komme ich nicht durch. Nee, da muss ich bestimmt hier mit einem Wandsprung hoch dann irgendwas aktivieren. Oh, Samus-like hier hoch. Und das reparieren. Wer hat das kaputt gemacht, bitte? Ja, oh! Äh. Jetzt das hier reparieren? Ja. Dann gehen die Stacheln da weg, bitte. Nee. Was wollt ihr von mir? Ach so. Mit gekonnten Wandspringen sollte das machbar sein. Wenn Felix mitspielt, kann ich sogar alle Münzen einsammeln. Bitte. Felix, mach das. Danke. Oh. Oh, oh, oh. Und gleich noch was gefunden. Was tolles, was leckeres. Eigene Torte. Wo ist der Käfer? Nicht da, okay. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich, aber hier oben scheint nichts zu sein. Dann fahren wir runter. Und what the fuck? Überkäfer. Yep. Okay. Nein, ich spring natürlich direkt rein. Okay. Du scheiß Käfer. Hallo. Die Käfer sind überstark. Hallo, ich sterbe gleich. Nein. Mein Gott, bitte. Energie. Irgendwie. Gebt mir doch Energie. Ich hab wieder volle Energie. Warum auch immer. Da oben ist ein Käfer. Vorsichtig. Den krieg ich hin. Den krieg ich hin. Jawohl. Oh, hier ist eine Menge Lux. Da oben kann ich was reparieren. Und da ist auch gleich ein Käfer. Aha. Tak, 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 tak. Ich will auch so einen Hammer haben, Mensch. Ja, jetzt hab ich die bloß aktiviert. Ich hätte sie eigentlich lieber ganz zerstört. Ah, da oben kann ich noch mehr machen. Wie der Wandsprung einfach nur geil funktioniert. Echt mal. Das gefällt mir. Manche Spiele haben ja ein Problem mit guten Wandspringen. Also was heißt ein Problem? Sie lassen sich nicht gut ausführen. Aber hier doch. Respekt. Nein, die Münze will ich mitnehmen. Nehmen Sie auch mit. Nein, Felix, bitte nicht. Und ich sehe schon, die Zeit vergeht viel zu schnell. Vorsichtig. Ah, hier komm ich nicht. Warum komm ich hier nicht durch? Gut, Leute, ich hab... Was? Ja, der Riesenalleral ist so gut. Ja, ich hab mein Zeitlimit wieder überschritten. Deswegen sage ich vielen Dank für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Ralf Reicht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Ralf Reicht. 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 Bis zum nächsten Mal.